Oh nein, oh nein, ich muss schon wieder ein Stack Kohle reinschmeißen. Hallo, Head Zombie, versuchst du mal noch darüber zu kommen, Drixie. Boxen weg, Boxen weg. Und der hängt im Wasser, hinter dem Holz. Und versuch dir mal woher zu rufen. Zwei, drei. Ah, das kotzt mich an. Ist hier so viel Energie drauf. Und was du musst... Okay, ich baue schneller damit ab, als die sich reparieren kann. Äh, das glaube ich auch nur Auto-IPER 1-Dorf oder so. Weil? Ja, die haben auch nicht viel D-Ability, glaube ich nicht. Zum Beispiel mein Hammer, der hat ja drei schon. Wenn da richtig Gas gibt, dann ist da auch irgendwann in dem Gelände. Ja, ich meine... Reparieren kannst du sonst mit Kobalt wieder, ne? Äh, ja, mit Kobalt, genau. Aber das lohnt sich nicht dafür. Lass sie dann im Inventar und da der Surfer eh... ... an ist. Na klar. Dann dauert sie das ja nicht. Das Inventar und eine Sud. Eins, zwei, drei, vier, fünf... So. Da hab ich mir echt wieder was vorgenommen. Aber du weißt ja, ich übertreib' ja immer gerne. Klar. Ja, beim Modpack muss man das, ehrlich. Nein. Na generell eigentlich. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier... Bei Minecraft muss man übertreiben. So, 24 Flaschen und ein Magnesium. Ja, wohl, äh... Ha, ich hab ein Magnesium fertig. Töten geil. Jetzt wird das noch schwieriger. Und wie lange hast du jetzt dafür gebraucht? So lange... Ja gut. Sag mal so zwei Stunden. Oder wie lange nehmen wir schon auf? Zweieinhalb Stunden oder so? Ja. Warte mal. Wie lange ist denn die eine Aufnahme bei mir jetzt? Na, du kannst ja genau gucken. Diesmal. Molten Titanium. Yes. Oh, komm. Schauen. Wollen wir natürlich wieder Rechtsklick machen, wenn wir gucken können. Nice. Ähm, das war jetzt. Molten Titanium. Hallo? Warum zeigt er das nicht an? Ach, der hat zwei Stunden, neun Minuten. Bevor er bei mir abgeschickt ist. Und das hab ich schon wieder... Schon wieder zwanzig Minuten gleich. Boah, ey. Hab gleich schon wieder zwanzig Minuten. Ja, deswegen... Oh, Molten Titanium. Da bräuchte ich nämlich Magnesium... Ingenut. Äh... Ja. Ingenutnen. Ähm... Äh... Tu mal einen Nickel. Darfst du sehen, das ist auch geil. Na ja, Glas ohne Fackel. Haha. Ah, wie ging das denn jetzt? Hm... Ich hab ja gerade kein normales Glas, aber ich hab ja Sand. Auch generell mal wieder ein bisschen mehr Glas. Ich weiß es gerade nicht. So, was haben wir denn? Der macht da gerade gar nichts. Okay, rein damit. Und der schmelzt das. So. Kann ich passieren. Ich hab mir schon Marvel gebrannt und so. Ist ja auch geil. Ja, ich brenne grad unten. Marvel Blast Distance. Dann Geostrater, ne? Und dann steht der... Vor... Die... Marvel Rock Marble, aber Stein steht da jetzt. Also hervorgehoben. Ja, das... Komm. Zwei Stück noch. Dann mach schneller. Bei diesen... Marmorierten Marvel? Ja. Äh... Ich hab jetzt unten noch zwei Stacks hier. Ne, ne, ne. Ne, ich mein... Ja, das sollte ja nicht brennen. Da würde grad Glas machen. So. Ja, Glas hab ich auch. Glas hab ich auch. Den Torch hab ich natürlich ja nicht. Dann machen wir mal zwei Stacks. Dann ist ja... Dann machen wir mal hier ein Stick noch. Komm. Nehmen wir die da rum. Und noch ein Stack. Und noch ein Stack. Und... Stack. Erstmal ne Fackel von der Wand geklaut. Und man kommt wieder arschend viel von diesem Mistzeug raus, wenn man das alles schneidet. So. Erstmal mein Inventar wieder soweit leeren. Die ganzen Grave, die ich eben da hingepflanzt hab. Das Wasser wegzukriegen, muss ich ja wieder abbauen und krieg ich natürlich wieder. Nein, das wirst du nicht. Doch. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Das sollte ja reichen. Und bist du eigentlich schon wieder zu geil? Äh... Ich bin grad unten bei mir am... Bei den Maschinen. Jetzt geh jetzt aber grad in die Dusche rein. Hallo. Weil hier... Guck mal, kennst du das Ding hier? Oh nein, geh weg damit. Die Schablone. Das Ding ist geil. Die Schablone ist so nervig. Hiiii. Hiiii. Mal wieder zusammenziehen. Ich find das Ding geil. Ich find das grad hier nervig bei mir. Och nein, da war ja schon was. Guck mal. Nur ein Block nach oben. Warte, ah verdammt. Eben. Ein Deal, du. Ein Deal, du. Ein Deal, du? Die Schleims? Ja. Hier ist hinter ein Chunk. Schleim, Chunk? Was halt Panel. Hab ich jetzt so Panels gemacht? Och ich brauch Covers. Wie lieb. Aber trotzdem, wenn du zum Bauen, wenn du wirklich sowas in der Art machst, ist das geil. Die Schablone sind schon geil zum, aber ich brauche es selten. Da ich eh selten was Rundes baue, oder wenn doch, dann hab ich schon so ne Kopfvorlage. Ich hab angefangen von David für Tech Town zu gucken. Ähm, du Kacke. Daher weiß ich das. Ich kannte das Ding vorher nicht. Aber momentan kann ich das eh nicht gebrauchen. Da baue ich nach Co- um, Gucken. Also wie ich grad Lust hab. Wie ich grad Lust hab. Das Ding zu bauen. Kennst mich ja. Strips. Strips brauch ich. Tag ja nur auf 10. Community Server, ne? Hä? Ah ne, hattest du gar nicht gesehen, ne? Nein. Keine Zeit. Was ich doch im Bekloppenprojekt gebaut hab. Hä? Das ist der Spawn halbwegs geworden. Keine Ahnung. Ne? Ja. Ach, hier fehlt was. Hier fehlt ein Schauer. Hä? 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 Hattest du den Maul. Prost. Drecksvie- Ah, schon wieder innen Stripfalt gesetzt. Ah, die... Diese scheiß Mikroblocks, ne? Wenn die einmal falsch setzt, dann ist es zum... Kühl in mir. Komm, stell dich nicht so an. Doch. Nein. Das ist ja genau passend sitzen hier. Geht's nicht immer echt, ja? Ja. So, wenn da so ein... Ein... Ding dazwischen ist, dann gehst das ganz gut drauf. Warum sind hier Panels? Habe ich irgendwo nochmal Panels nicht hingeklatscht? Nein, nur da. Komisch. Okay. Oder hab ich da zwei mal Cover gemacht? Das kann doch die auch sein. Okay. Ja, das kannst du haben. Nein, wir war immer. Und ich glaub, das wird grad schön nicht dunkel. Geh schlafen. Na, dauert noch. War das schon mal hier fertig? Vielleicht zwei Uhr. Ja. Ich bin gut ausgeschlafen, das ist das Gute. Ja, toll. Aber ich muss das noch ändern. Möchtest du doch schön woanders hochladen kannst, ne? Nein. 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 Wie kommst du denn da drauf? 50 upload ist schon. Ach. Komplett. Nein, ernsthaft bin ich blöd. Die Steine falsch gesetzt. Das sehe ich aber auch jetzt erst. Aha. Ah, was was habt ihr? Black hat es richtig gesetzt. Ich bin zu dumm dafür. Ja. Was soll das schon wieder heißen? Kann man sich dir recht geben. Du wolltest doch, dass ich zustimme. Ja, ja. Doch hättest du das doch nicht gesagt. Nein, ich denk auch mal laut für mich. Ja, ja. So. Dann sind wir noch zwei Tanks. Und wann wollen wir eigentlich Donkey wieder aufnehmen? Äh. Ich weiß nicht. Morgen oder so. Oder auch mal wieder ähm. Super Mario. Ja, ich weiß. Kommt an alles hin. Versägerung. Kriegen wir alles hin. Ja, momentan haben wir ja noch da was aber. Mhm. Kriegen wir aaaales hin. Oh. 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 Bald könnte man Internet abkacken. Warum habe ich hier eigentlich einen dauernd so feststankfehler, ja? Weiß er nicht. Ach, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, bald könnte man Internet abkacken. Ja. Ja. Und? Ah, und er kackt die Aufnahme ab. Wenn du interessiert bist. Ich wollte es ja nur ankündigen. Schön. Okay. Dann ist schon gut, dass du Bescheid weißt. Ja. Ja. So, machen wir hier was hin. Wie hast du jetzt bei dir eigentlich? Mit Aufnahme? Keine Ahnung habe ich jetzt nicht richtig drauf geguckt. Kannst du noch gucken? Kannst du noch gucken? Kann ich gleich machen. Dann meint es jetzt insgesamtmäßig Zeit oder was? Ja. Weiß er nicht, müsste ich in Ordnung rein gucken. Nimmst du noch mit OBS auf? Ja, ich hab doch einmal unterbrochen. Ja. Ja. Ja, ich auch.